So, warte mal, nehm ich auch auf Ja, ich geh auf Kom sofort her Ich hab grad so'n Grinsen im Gesicht Meins, 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 meins Alter, ist das viel Das ist richtig viel, Alter Oh, geil Wie viele hast du? Ich hab 3 Oh, jeder kann nur eine Schlimmtacke machen Ich hab 5 Achso, na gut, aber im hinten Das heißt, wir haben acht Acht Stück an einem, yeah! Okay, go! Wir müssen gleich übrigens wahrscheinlich richtig, richtig Ach also, das ist ja noch ein Eimer bauen Fighten Weil da hab ich ne zünnig Ach ja, Eimer Ja, oh, fackel Äh, da unten Noch ein paar wackeln, komm So Ich hab irgendwie was in der Taste gerade gedrückt Statt Shift Ich hoffe, ich hab nix kaputt gemacht an meinem Computer Ah, das, 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 das Essen haben wir hier Wenn man da irgendeine andere Taste außer Shift drückt Dann geht dein Computer kaputt System gelöscht Festplatte down Was mag ich denn aus dem Inventar? Bogen glaube ich erstmal Bei dem Bogen werde ich wenn dann Hä, wieso ist dein Inventar so voll? Nee, aus der Leiste meine ich So Ach so, dann, aber ich werd noch andere Sachen machen Und meine Truhe packen, die ich erstmal zum Meinen nicht mache Uuuuh Uah Uah Hast du dir ein Gigaschwert gemacht? Ein Gigaschwert? Ein Gia Ein Gigaschwert Das ist dann so groß wie beim Monster Hunter Auf jeden Fall ein sehr schöner Beginn in die nächste Folge Ja, also das, ja, ja Also so kann die jetzt weitergehen Ja Du guckst mal in den Wassersee hier unten Äh Wo ist denn dein Wassersee? Sei ein toller Äh, geh zurück und dann nach rechts Ja, ich sehe dein Namensschild Gut Hier unten Renst du eigentlich die ganze Zeit? Ich renne Was? Na ja, auf jeden Fall das hier Ach so, oh man, ich dachte der wär richtig groß Riesiger Lamm, äh, Wassersee Riesig, riesig, riesig Ist hier irgendwo unter Wasser vielleicht ein Bier? Ja, ich hab mir auch schon geguckt die ganze Zeit, aber leider nicht Leider nicht Meine zweite Eisenspitzhacke ist fertig Wusstest du, dass Kürbisse seltener sind als Diamanten? Nur sieht man Kürbisse öfter, weil die halt oben überirdisch rumstehen Fun fact Yeah Wusstest du, dass ein Enderman dem Slenderman sozusagen entspricht? Ja In Minecraft-Version Und halt ein bisschen abge- Ey, jetzt komm doch mal mit Nicht da, dann Weil wir da mal rüber müssen Komm mal mit Reicht's mir aber hier Ja Toll, hat's kaputt gemacht Meine, jetzt muss ich mich irgendwie wieder häuspern Irgendwas liegt... Ja, es liegt irgendwie an meiner Heizung Weil wenn die Heizung aufdrehe, krieg ich so'n Hustenreiz und muss mich häuspern Was für ne Heizung ist es denn? Äh, die die warm macht Ne, ne, so ne normale Wasserheizung Ich hab keine Ahnung Wahrscheinlich liegt da einfach richtig viel fett Staub drauf Ist es so'n Heizkörper, der fest montiert ist mit Rohren dran Die dann irgendwo ins Haus gehen Ja Und... Aber kann ja auch mit... Was gibt's denn noch für Methoden? Man hört gerade irgendwie fachs... äh... klugscheiß an Äh, sonst gibt's eigentlich... Obwohl doch Es gibt glaube ich... So, hier lang geht's jetzt mal dran Ne, ne, die sind eigentlich... Achtung, Achtung, ready Set, go Ach... Hier ist grad nix, komm schnell hoch, komm schnell hoch Verteile Fackeln Verteile Schläge Äh, ich hab richtig viele Zombies Also ich hab zwei Zombies, eins Creeper und ein Skelett Bei mir ist es zu Ende, glaub ich sogar Ne, hier geht's weiter Okay, hier ist das Ende, dann... Oh! 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 Was macht's denn da? Ich schritze mich durch... Zombie-Horn Ey, sind hier echt Zombie-Horn Alter, die Augenbrause Ich bin skeptisch Irgendwie ist jetzt von mir ein bisschen dämlich Also dämlich gespawnt Kommst du mal kurz zu mir, weil ich glaube bei mir geht's jetzt gleich richtig los Boah, nö Ich war immer nur vorgeplänkelt Ich will erst mal ein bisschen entspannt hier abbauen Oh, okay Mach das mal Schön entspannt, ne, immer die Beine baumeln lassen Oh Gott Obwohl ich endlich aufs Level 30 hochkomme Was? Ich bin Level 18 erst Ich bin 21 Achso, ich dachte, man wär's kurz davor Ne, ne Werde ich jetzt eigentlich verfolgt? Ne Hier ist immer richtig viel Eisen bei mir Warte mal Als ich Cola abgebaut hab, diese... Ähm... Die XP-Kügelchen Das hörte sich grad an, als würden die Harry Potter die... Melodie spielen Bling 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 B Das war irgendwas anderes, was ich gerade gemacht habe, oder? Oder war es Harry Potter? Dün-dün-dün-dün-dün-dün Hey doch, das ist doch Harry Potter Harry Potter? Ja, der Harige Harry Potter Harry Hering? Oh, der Zombie ist ganz traurig, er kommt nicht vorbei Kann die Lava sich mal verpissen hier? Meine Güte, immer diese Asozial-Lava Kommst du mal mit mir mit? Dann müssen wir gleich fighten Also einmal können wir hier hinten fighten Hier? Wo? Da oben? Ja Hier hinten Da haben wir noch ziemlich viel Platz zum fighten Und auch Eisen und Rohstoffe ohne Ende Hier? Eisen und Rohstoffe Wir haben gleich richtig Probleme, hier kommen gerade zwei Screeper Screeper? Creeper Bei dir klingt es echt immer, als würdest du Screeper sagen mit S-Form Screeper? Ich schaue gerade hier rechts rum, da ist auch ein Creeper hinten Ein Screeper meinst du? Screeper, ja Goalcreeper Ein Screeper Ein Screeper Ich muss echt aufpassen, dass die mich plötzlich... Ähhhhhhhhh Okay Ich baue hier so ganz gemütlich ab Und gelang einfach in die obere Etage der Höhle Alter, hier geht's ja noch richtig weit What the fuck? Alter, hier sind richtig viele Löcher nach unten Oh Gott! Wow! Wow, Anton kommt zu mir, ich brauche Hilfe gleich Wo bist du, wo bist du, wo bist du, wo bist du Warte noch, ich bin hier oben Hier kommen gerade richtig viele Skelette auf mich zu Äh, stimmt, hier oben ist eine riesen Hölle Naja, ich habe hier wahnsinnig Oh, da ist sie schon Ich umgehe es Ich bin mal angst, dich auch noch zu schlagen beim zuhauen Weil du machst ja diesen Flächenschaden Das bedenkst du nie Doch, natürlich Ich habe ja letztens eine Aufnahme gehabt, da hast du mich geschlagen Und so, nö, habe ich gar nicht, ich habe den Zombie gehauen Watt Wo seid ihr, klein Ah, achso, das ist wieder die Schlucht Die selbe Schlucht? Ich glaube ja Ich sehe hier keine Fackeln, also Ein anderes Ende Eine Geschichte mit mehreren Enden, cool Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr auf Steinspitze, ich gehe jetzt auch auf Eisen, wir haben ja genug Eisen Ja eben Oder gehe ich vielleicht auf dir Um Kohle abzubauen Dir Naja, irgendwann schon Ja, wenn wir aber Haltbarkeit drauf haben Und Reparatur und alles Als ob wir irgendwie mal Reparatur drauf haben Naja, wir können ja offscreen einfach drei Jahre angeln, dann kriegen wir gar nicht mal ein Buch Äh, da ist Da ist ein böses Viech Hä? Oha Alter Ich komme, Anton Hallo Okay, ich habe dich aber nicht erreichen können Zum Glück, sonst hätte ich dich aufgebaut Och Mann, ich hätte dich nicht erreichen können Ich habe dich nicht erreichen können, Mann schade Ich habe von hier oben runtergesprungen, ich habe das gar nicht mitgekriegen Hier oben ist dann übelst viel Kohle Schon wieder übelst Mann, wie nur sagen wir das so oft Übelst, übelst Hier oben ist extrem viel Kohle Sehr viel, weil ich dir also verstehe Extrem, naja Oh, nein, what? Wo, wo? Alter, das war gerade richtig knapp Ich bin fast runter in die Schluft geschossen worden Hier bin ich nicht Aber hier meinen Frust erstmal an dem Eisen auslassen Ich bin gerade zu Eisen geflogen Okay, wir müssen die Meme auf alle Fälle sicherer kriegen Na, guck mal, da steckt der Pfeil, der auf mich geschossen wurde Aber er wurde von wo geschossen? Von da hinten irgendwie Na, wie standest du denn? Na, guck mal, du siehst ja den Pfeil wieder Hier, guck so Ups, ist verbaut Hier ist ne Brücke rüber, falls du möchtest Siehst du die Spinnen da hinten? Ne, warte mal kurz Ich bin hier, äh In geheimer Mission LOL Hier waren wir schon mal Oh, hier ist ein Monster Ich bin fast tot Was, 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 was Bau dich zu, bau dich zu, bau dich zu Ich komme Ich schwimm hoch Oh Bau dich zu Stell dich dahinter, stell dich dahinter Falls ein Skelett kommt und denkt Ne, dann gönne ich mir mal Okay, viel Herzen Boah, die Mine ist ja einfach mal riesengroß Ich liebe so eine Mine Wir kommen hier wahrscheinlich eh nicht wieder raus Wir kommen, regenerieren Äh, ich bin ein Baby-Stombie Hier kommt keiner durch Hä, warum sind hier 5000 Fackeln, alter Kommst du mal mit? Wir sind noch gar nicht gearbeitet Er weiß denn noch, unsere Planung Ja, wir machen eine Minen-Folge Alter, hier ist ja wirklich gefährlich Ja, schon wieder übel Die ist extrem gefährlich So, jetzt kann man hier auch wieder hoch Der Scree, ey Jetzt hab ich wirklich Screeper gesagt Ah, wieder ein Skelett Brauchst du Hilfe? Jo, bitte Oh, Leute Oh, Leute Ich schließe Achtung Tötet ihn Hä? Tötet ihn Ja Ich weiß nicht Ich hab keinen Zweimal-Hits gemacht Aber keinen Schaden gemacht Trotzdem Alter, ich bin auf Half-Life getroppt Alter Es ist in Fall wieder hier unten Wo ist der Ausgang, Anton? Wo kommen wir her? Ähm Ah, hier Wart mal kurz Komm mal her Hier Hier ist die Stelle Wo ich meinte, wo ich weiter möchte Ich bin da komplett außen rumgeraten Ja, ich würde ja auch gerne Achtung Ich stehe mit Schwert bereit Oh Gott Da ist noch einer Ja, äh, der Pfeil ist von ihm abgeprallt Okay, auch gut Außer da ist das Gold da Oh, wir haben es aber trotzdem gefunden Ja Ey, nimm das doch mit, Junge Ja, ich will erstmal hier voraus Weil wenn ich das dann abbaue Oh Abbaue? Da hinten ist Licht auch Lachen wir mal kurz Ich sehe da einen Screeper Da ist ein Spawner Da ist ein Dungeon Aber ich schiege da mal den Screeper runter Das stellt sich gerade genau davor Ja, eben Äh Gucken wir mal in die andere Richtung Ob da noch irgendwas sein könnte Hä, Leute, der braucht vier Pfeile So, jetzt ist er tot Äh, wir müssen gleich versch... Wart mal Hab ich da gebaut? Haben wir da gebaut? Da ist nochmal Gold Ah, hier ist noch Eisen Äh, hinten Hä, hier haben wir gebaut, Anton Achso Hä? Wo, wo, wo ist das hier? Also, was ist das hier? Ich hab... Ach, hier hast du das... Ähm, die Lava abgebaut Da, wo ich gerade bin Ja, klar Hier stand der Zombie Und hat komisch geguckt gehabt Ich weiß nicht, ob es in dieser Folge Oder in der letzten war Oh, ich hab keine Fackeln mehr auch Aber ich kann, glaube ich, noch ganz viele machen Hä, da hast noch Sticks Ich hab so eine verzauberte Goldhose, Alter Mit Haltbarkeit 2 Ich hab gar keine Hose momentan Anfällt mir gerade auf Guck mal Oh Ich seh wunderschön aus Ich die Hose an? Ich hab alles noch Oh, meines ist auch noch recht voll Kommst du mal mit? Meine Hose ist recht voll So viel Angst gehabt, Anton So, was war da hinten? Angst Potter Ja, genau Ich werd Anton Potter, ja Jetzt könnt ihr mich alle freuen Guck mal, hier ist die Stelle, wo du die Lava zugebaut hast Oder ich Oder irgendjemand hast hier Lava zugebaut Oh Ups Statt eine Fackel zu setzen Hab ich erstmal einen Eisenblock gesetzt Willst du mal kurz mitkommen? Ich mach hier Fackeln Und du baust das Gold ab Was hier in Hülle und Fülle existiert Wieso geht denn das so weit? Was geht denn das denn? Ich folge einfach dem Fackeln Da oben Ja, und dir soll die mal ein Fackeln Ich hab wieder Harry Potter Anspielung Mann Das ist voll die Harry Potter Folge hier heute Harry Potter und die Dias der Weisen Ich hab gestern einen Film mit dem Harry Potter Schauspieler Äh, geguckt gehabt Äh, die Frau in Schwarz oder irgendwie sowas Und ich muss sagen, ich bin nicht zufrieden mit dem Film Also der war richtig gut Aber Ich will nicht spoilern Aber ich bin mich im Ende nicht zufrieden Ich bin hier in einer noch anderen Hölle gelandet Ähm Ich hab dich nicht gefunden Alter, wir müssen uns irgendwie mal Was? LOL Hä? Ja, stimmt, hier ist das ganze Gold halt noch Du hab's abgebaut Wo bist du hin, Anton? Okay, hier ist noch dunkel Hier können wir spawnen Hast du Fackeln dabei? Ich hab noch 11 Oh Dann platzier mal eine Fackel, damit ich dich finde Ich suche auch gerade, ehrlich gesagt nicht Ich bringe gerade dabei Kohle ab Swarming schon mal hier in der Ecke Auch Äh, ich bin wieder an der Schlucht Okay, dann werden wir uns ja gleich finden Die Schlucht finde ich extrem gefährlich Ich meine natürlich übelst, weil wir müssen ja unserem Äh, wo bist du? Ich glaube, wir sollten erstmal genug Rohstoffe haben Außer dir, die haben wir nicht genug Ne, da müssen wir aber auch woanders suchen Und nicht in Höhe Äh Ja Keine Ahnung Ähm, hier kamen wir irgendwo her Ich bin Ich bin da, wo ich jetzt gerade die Lava gestoppt hatte Oder dir gesagt hatte, dass ich da die Lava gestoppt habe Warte, wir treffen uns an der Schlucht Ich habe, glaube ich, gerade dein Lava-Schild Ja, ich sehe dein Lava-Schild, warte Ich habe keine Ahnung Wollen wir noch ein bisschen weitermachen Oder wollen wir mal den Rundweg antreten? Na, ich würde gerne nochmal nach unten Auf Höhe 11, 10 so Guck mal, da ist eine Schlucht, da kannst du runterspringen, wenn du willst Ja, ne, die wenig Ah, hier kamen wir her Hier ist ja die Schlucht Hier ist die Ist das denn nicht die Schlucht? Also, der Boden der Schlucht? Das ist er doch, oder? Nö, 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 nö Nö, 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 nö Hinter Siehst du nicht die Kante da? Da geht's dann tief runter Okay, warte mal Ich mag das Wasser Das Wasser ist mir sympathischer als Lava Kein Feuersteiß Ähm, was? Alter, kommt so ein Kamikaze-Zombie runtergeimpft Oh, er danst einfach Stop the beat Komm her Hey, da wird meine Kies geklaut Arschloch Oh, hier ist Lappes Oh, da ist Eisen Alter, Eisen haben wir echt genossen Äh, hast du letztes Mal Lava mitgenommen? Nö Ja Gut Ich hab gerade Lava gelöscht Nicht weggemacht Gelöscht Oh Da unten ist er noch, oder? Nein Nee, das ist das, was weggeht, okay Komm hier jetzt noch mal Lava Mist, ich brauch echt Holz Oh, war echt Elo bei LOL Da ist ein Eisen Ich bin sogar Ey, ich sehe ein Skelett Okay, Achtung Wen schießt das denn? Ich hab da irgendwie gerade einen Pfeil irgendwo stecken hören Das ist übrigens auch ein Bogen, vergiss das nicht Ey, ich bin nicht ausgerüstet Hä, wo bist du denn hin schon wieder? Ah, da Amanda Hat mich richtig verzweifelt, wo bist du, Hader? Wir brauchen... La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Du hörst dich ja wie Fabian an Ja, woher das hat... Ähm, hallo? Ich bin gerade glücklich hier beim Essen Schritt, mein ich Schön essen Da unten ist Lava, da kannst du dir mal was gönnen Ui, ist aber Lapis und Gold, geil Ich bin Lapis und Gold, geil Jo, ich hab Lava, Moment, dann muss ich mir was Lalalalalala Boah, ich dachte schon, ey, du bist gestorben Nö, nö Oh Gold Weißt du, diese Melodie übrigens kommt hier, wenn ich mich mal trallern Das ist aus Aladdin Glaub ich Was, und die Runde was? Und die Runde Schlampe So, wegen Wunderlap Hahahaha Ha-ha-ha-ha– Oh, Ha-ha-ha-ha ha Ha-ha-ha Ha-ha-ha-ha-ha-ha Da-da-da-da-da-da-da Welche Höhe ist das? Du 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 Duigible Hast du irgendwie eine Werkbank oder so? Du 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 whoever Aber ich những kein anderes Leben denn ge duplicate Ja, Werkbank hab ich gebaut jetzt Ach, bringen die mal Achja, ich hab ja noch mal Labis gefunden7 Dann können wir dein Bett mit Lapislazuli einfärben. Beste Verwendung dafür. Oh, ich hab die erst gefunden! Ja! Ja? Nice. Alter, das sind mindestens vier Stück. So, Papa, es sind mindestens acht Stück. Ne. Äh, nicht acht Stück. Es sind sieben wahrscheinlich. Ne, nicht mal. Es sind sechs nur. Oh, Mann. Das sind nur. Oh, Mann. Nur sechs. Äh, nur sechs ist voll schön. Das wenigste sind, glaube ich, drei, die man finden kann. Wow, Alter! Ich renne hier fast in Lava die ganze Zeit, Mann. Hast du jetzt mal einen Lava-Eimer? Ja, hab ich. Okay, gut. Dann kann ich die Lava hier ja löschen. Ähm, Moment. Wo bist du eigentlich? Bei der Lava. Ach, da hinten, ne? Wo? Da, wo das Skelett herkam, ne? Ah, ja. Da den Weg lang. So. Bitte nicht hauen. Hier ist überall Lava noch. Obwohl ich schon einen Großteil gelöscht habe. Mann! Manfred. Wollen wir jetzt einmal wieder zurückgehen? Ich meine, wir haben ja viel erreicht heute. Wow, wow, wow. Ich meine, ich hab ja Angst gekriegt gerade wieder. Oh, scheiße, ey. Ganze... Pampe. So, ich hab keine einzige Spitzfacke mehr. Okay, wollen wir dann zurückgehen? Oh, hoi. Hier, warte mal. Deine Werkbank. Hier. Ich kann sie gerade nicht setzen, meine Leistung ist voll. Wenn du verstehst, was ich meine. Wo bist denn du eigentlich hergekommen, Mann? Ach, da. Du hast dir Kohle vergessen, Anton. Ja, ich konnte sie ja nicht abbauen. Ich hab dir ja sogar schon mit der Steinspitzhacke abgebaut, was unter meiner Würde ist eigentlich. Oh. Hast du die Werkbank wieder mitgenommen? Du hast Lava. Jo. Gut. Ich will mehr Dias. Wo waren die Dias? Hier irgendwo? Ich will mehr Dias, Mann. Ja, ich bin jetzt voll im Dias-Rausch. Ja, hier waren die Dias. Sag mal, hier vorne standen sie. Hier. Alles, was du hier abgebaut hast. Unter dem XP-Rausch. Oh, XP! Oh, ich hab keine Fackeln mehr. Ja, wir müssen übrigens die Folge auch langsam wieder beenden, ne? Ich hab's sagen, wir rennen raus und dann... Ja. Ist schon wieder soweit. Welche Höhe ist das jetzt? Elf. Das ist gut. Ooooooh. Was ein... Ach, Mann. Ich dachte, da wär Diamanten, Mann. Dias, Dias. Ich weiß schon, wie ich die Folge nenne. Ähm. Hast du's gehört? Ja? Hast du's gehört? Nein. Nun, plupp. Wie Lava halt. Alter! Das war ja... What? Ich weiß, ob jemand entweder gegen so'n riesigen Gong schlägt und der aber irgendwie Metallen klingt. Also... Weil's ab irgendwo irgendein special effect abgegangen ist. Keine Ahnung. Ich hab Angst, Anton. Ich will die Folge beenden. Ich will nicht. Oh, Lapis hast du übersehen, du... Ne, nicht übersehen. Droglorn, nüüd. Wollst du's nicht mitnehmen. Äh. Ja, ich auch. Ich geh noch ein bisschen Abstand. Oh, da. Dias! Okay, jetzt gehts nicht weiter, krass Hohoho Okay, komm, lass jetzt die Folge beenden Also lass mal nach oben rennen und dann die Folge beenden Echt? Aber ich will noch in dir Einer vorkommen will ich Ich wär krass drauf gegangen Du hattest den Wassereimer schon bereit gehalten Und dann bin ich plötzlich in Lapis gef... Äh, in... In Obsidian gefangen Genau, und dann sterbe ich dadurch Oh, ey, hier wurde noch ein Eisen Nee Oh, krass, Mann Nicht nur eins Boah, nee, krass, Mann Das brauchen wir doch alles für die... ...Minecard Dreck Oh, hier lang gehts raus, glaub ich Nee, keine Ahnung Ich hab einfach keinen Plan, Mann La 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 Mann, voll der Ohrwurm jetzt Ich hab immer in jeder Folge einen anderen Ohrwurm Ich hab allgemein jeden Tag einen anderen Ohrwurm Richtig nervig Der Fallprinz war der Entertainer Bist du hinter mir irgendwie am Stifel? Und renn mal ein bisschen, weil wir müssen heute noch rauskommen Äh, hier lang gehts aber nicht raus, glaub ich Wir müssen, glaub ich, da lang Ich geh einfach hier raus Alter Anton Mann, hier ist richtig Alter Anton Was denn? Oder wer hat die Fackeln hier auf der falschen Seite gesetzt? Ja, hier sind auch fällig auf der rechten Seite Und wahrscheinlich warst du da Ja, ach so, hier, guck mal Ja, ich hab's gefunden Äh, was? Oh lol Stimmt ja, ich hab vergessen, dass wir erstmal hier runter müssen Ich wär jetzt sehr mit verloren Ist da noch was drin? Äh, nee, lass noch stehen Lass noch, na gut Äh, wir müssen unsere Kiste mit den Rohstoffen noch finden, ne? Ja, die ist ja auf dem Weg Die ist ja gleich da oben Haben wir noch irgendeine Kiste mit Rohstoffen gehabt? Nö Ja, falls es so lang wird, mach ich halt irgendwo einen Cut Ja, das hier, das rausgehen kannst du auch einfach schnell machen Wieder Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, glaub ich Wir haben ja erst um 20 angefangen Jetzt ist es 47, also 27 Minuten haben wir gerade Also das würde ich trotzdem, das hoch, das rausgehen kannst du ja trotzdem Äh, die Kohle lass mal in den Öfen drin Das hier ist ja ein Pater Das hier ist doch 3 Ist doch nicht wichtig Die Europäische Dämer Ja, das hier ist ja Das hier ist ja Oder Das hier ist ja Musik Also, dass man seltener hungrig wird und... Ja, Melonen! Ja? Zwei oder drei? Oh, drei pralle Melonen. Oh, oh. Bau die mal ab und dann können wir neue pflanzen. Ich hab keinen Sinn mit haben. Am besten baut man die, glaube ich, mit Spitzhafen ab, ne? Ich sortiere mal kurz die Kiste ein. Äh, nicht Spitzhaken, sondern Ex. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir die Kisten einsortiert haben. Bis gleich. Eine Ewigkeit später. Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Wir haben jetzt alles geschmolzen. Anton hat hier irgendwie komisch, ja. Mal gucken, ob das funktioniert. Also, ich werde nicht unten schlafen, ne? Das ist klar, weil ich bin nicht mit Bettpfosten in der Prennade. Ja. Ich mach dann auch die Tür auf, wenn da reinzukommen. Hier, schau. Hier, und das sieht unsere Ausbeute momentan aus. Alter, hör auf, das ist so komische Stamm. Ey, das ist ja. So, das ist unsere Ausbeute. Anton ist unsere Ausbeute. Ja, genau. Oh, ja, Anton. Zum Glück ist das gerade zensiert hier durch dieses... Durch dieses Truheninventar. Ey, auf den Weg zu Wupps. So. Und dann würde ich sagen... Wupps jetzt, Junge. Wiese Backpfeife, Mann. Würde ich sagen, rennen wir jetzt schnell zu den Schafen und machen Abmutter. Oh, Melone. Ja, Anton hat übrigens ein bisschen eskaliert. Hat hier ein paar Melonfelder gepflanzt. Ey, eskaliert? Komm rein, Anton. Oh, ich bin drin. Hilf mir, Mosh, bitte, bitte hier. Warte, warte, warte. Ich hab noch eine Idee. Nein, jetzt kommt, wir müssen die Folge beenden, Mann. Nein, ich hab noch eine Idee. Geh weg. Na raus. Na gut, los geht's. Achso, ich sollte vielleicht noch die wieder anpflanzen. Sorry. Die ich da entfernt hab. Anton, Anton, dreh dich um. Dreh dich um. Nein, nein. Anton, dreh dich um. Dann eben jetzt noch sein Hintertool. Oh. Nein, du hast es kaputt gemacht. Ja, genau, ich. Da hab ich nicht gleich nochmal eine geknallt. Okay, komm. Abmord, abmord, abmord. Dann baut, bitte. Abmord, abmord, abmord. Das heißt, das war ja arabisch am Anfang. Einfach nur zu Abmord. 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 Boah, der Schaf, Alter. Echt? Ich passe aber farblich ziemlich gut zu den Schafen, oder? So, diese graue, insalmannweißeliche Rüste. Und dann nur diese gelben Beitsch. Also Hosen. Die goldene. Gut, dann würde ich sagen. Hoffen, es hat euch gefallen. Meinst du, guck in die Kamera? Hier ist die Kamera. Ja. Wo ist sie denn? Ja, ja, da. Ist richtig. Ist richtig. Warte. Die Schafen wollen auch in die Kamera kommen. HONTOT! Was ist los? Oh, die Schafe. Ich finde es auch irgendwie schwierig, es nur zu laufen. Ja, ist richtig schlimm. So, hoffen, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis denn. Tschüss. Ich habe mich angeschubst. Aber ich kann nicht... Ey. Ey, was? Nein. Lass das rein. Nein. 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 Nein.